hier ist es auch mega mega also ich kam ganz schnell an also direkt auch beim bewerbungsgespräch ich kam hier rein und habe mich direkt wie zu hause gefühlt also ich glaube man kann sich das wie so eine große familie vorstellen wir essen einmal im monat zusammen mittag wir gehen auch mal in der freizeit zusammen weg sei es zum eishockey machen halt auch einfach mal so veranstaltungen meine vorgesetzten sind sehr auf dem boden geblieben würde ich sagen sie sind nicht so von oben herab sondern einfach persönlich per du man hat ein geiles team man hat geile leute die die wirklich halt wie jetzt meine finger halt zusammen sind auch stark miteinander arbeiten ja du bist der ganze tag mit diese leute und sind auch freunde die vela veranstaltung natürlich die regelmäßig stattfinden die vela gala einmal im ja das azubi der welcome day wo die alle hinfahren und sich dann noch mal treffen ja ich glaube das ist eigentlich schon ganz schön bei uns